Es ist mal wieder Zeit für Rosig Nord, für den Taurus und für einen Schneesturm. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier an diesem Abend vom Bahnhof in Iserlohn-Litmate. Und wir fahren hier diesen Güterzug, den fahren wir gemeinsam und zwar bis nach Kreuztal, setzen uns in den Führerstand und rüsten mal auf. Ja, es gab vor kurzem, an Halloween um genau zu sein, ein Update für den Taurus und zwar ein Sound-Update. Und das werden wir uns auch hier jetzt gemeinsam auch anhören und schauen, wie das... Machen wir die Schamme schon ein bisschen schneller, genau. Und schauen, wie sich das Ganze hier anhört. Wir müssen sowieso noch einen kurzen Augenblick warten. In der Zeit schalten wir mal unsere Sicherungssysteme an. Dann Instrumentenbeleuchtung erhöhen wir, genau, schalten uns noch hier dieses Klemmbrett-Licht an. Wobei wir können den Scheibenwischer vielleicht eine Stufe runterstellen. Ja, ich glaube, das ist okay. Dann Instrumentenbeleuchtung haben wir erhöht. Wir können die Führerscheinsbeleuchtung anschalten, die finde ich mal ein bisschen sehr grell. Können wir hier auf Schwarz-Weiß schalten? Ne, aber wir können auf jeden Fall dunkler stellen. Ah doch, Schwarz-Weiß können wir auch machen, hervorragend. Gehen wir hier in die Funktionen und nehmen mal die E-Bremserhöhung noch mit rein. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das bei einem Güterzug erlaubt ist, aber weiß ich jetzt nicht. So, mittlere Zugart, das ist in Ordnung. Kontrollieren wir mal die Bremsstellung und die Signalleuchten. Also Signalleuchte machen wir mal hier so. Und Bremsfallschalter P. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob wir ein P oder ein G fahren sollen. Ja, das hätte ich mir mal vorher überlegen sollen. Lassen wir es so, wie es ist. Okay, dann schalten wir uns noch die... Ja, wobei fahren wir erstmal ohne AFB. Wir müssen noch ein bisschen warten. Also der Zug fährt laut Planung um 17.25 Uhr ab. Jetzt ist es halt schon 17.27 Uhr. Wir können mal beim Fahrdienstleiter anrufen. Wo ist denn das Telefon? Da. Fortfahren gemäß Signalbilder. Okay, Signalbild sagt, wir dürfen nicht fahren. Okay, müssen wir auf den Zug warten. Vermutlich müssen wir auf den Zug warten. Schauen wir mal, was hier jetzt gleich angezeigt wird. 17.47 Uhr. Mhm. 17.30 Uhr. Vielleicht müssen wir auf den warten. Vermutlich müssen wir auf den warten. Oh, wir sehen schon Bahnsteig auf jeden Fall voll. Und Lichter machen wir natürlich auch an. Und ich würde sagen, das ist doch ein guter Augenblick, um mal ein Foto zu machen, oder? Finde ich auf jeden Fall angemessen an dieser Stelle. Verkleinern wir mal das Sichtfeld. Die Schärfentiefe setzen wir mal runter auf Filat. 3% ist gut. Ziehen den Fokus nach. Hervorragend. Und dann gehen wir aber hier mal in die Einstellung, in die Belichtungseinstellung. Setzen wir mal die Beleuchtung hoch. Und die Helligkeit auch. Und dann können wir hier ein paar Fotos machen. Dann sieht das auch schön hell aus. Können wir mal das Raster hier ausblenden. Ja, das sieht doch wirklich, wirklich hübsch aus. Ich würde vielleicht sogar noch mal den Fokus noch mal nachziehen. So. Ja, hier Dispo-Lock Taurus. Sehr schön. Okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt gleich hier uns entgegenkommt. Vermutlich, ja, nur 143 mit Dostos oder so. Und das Display hier können wir mal auch auf Dunkel stellen. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Türwahlschalter brauchen wir nicht. Bahnlinie auf Aus, definitiv. Das passt soweit. Lüfter automatisch. Zuglicht, da braucht man nicht. Bremse lösen. Da können sogar die Fernlichter uns einstellen. Machen wir gleich, wenn wir losgefahren sind. Spitzensignal, Hauptschalter ist an. Leselicht. Ja, sehr gut. Irgendwo können wir das Leselicht aber dimmen. Das ist mir ein bisschen zu hell. Das ist die AFB. Dann ist das hier. Hier. Genau. Jawohl. Das ist ja. Noch ein bisschen runter. Äh, da. So. So, das ist der Kollege. Den grüßen wir aber ganz kurz. Und dann, wenn er vorbei ist, habe ich die Hoffnung, dass wir dann fahren dürfen. Wenn er die Strecke freigegeben hat. Können noch mal nachfragen beim Fahrdienstleiter. Vorfahren gemäß Signalbilder. Warum dürfen wir denn noch nicht fahren? Kommt vielleicht aus dieser Richtung noch ein Zug. Weiß ich jetzt nicht. Aber wisst ihr was? Dann mache ich an dieser Stelle mal einen kleinen Schnitt. Und ich bin wieder da, sobald das Signal auf grün ist. So, da bin ich wieder. Ich habe herausgefunden, was das Problem ist. Wir müssen nämlich gar nicht in die Richtung fahren, sondern wir müssen hier hinten in die Richtung tatsächlich den Zug schieben. Ähm, daher mache ich die PZB wieder aus. Und wir fahren jetzt zurück, äh, interessanterweise. Und ich setze mich mal dafür hier, ich fliege mal mit der Kamera hier ans hintere Ende der Lok. Deshalb steht auch der Regional Express hier immer noch. Also ich habe hier den ganzen Fahrplan aufgehalten, weil ich nicht wusste, dass wir in diese Richtung fahren müssen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dementsprechend lösen wir die Bremsen. Und ich schalte mal Leistung auf. Und ich schalte mal Leistung auf. Wir fahren jetzt mal nur 25. So, bisschen Leistung zurücknehmen. Genau. So ein bisschen Leistung, dass ich hier aufgeschaltet. Und dann müssen wir jetzt erstmal hier einen Kilometer fahren. Da vorne, da schieben wir. So, Leistung mal rausgenommen. Genau, der Kollege, der wartet hier die ganze Zeit schon auf uns. Schauen wir mal, dass wir nicht über das Signal fahren. So, ich glaube, der Kollege darf auch jetzt gleich auch fahren, weil wir seine Gleise auch frei eben haben. Denke ich. Ja, genau. Das Signal für ihn ist jetzt umgesprungen. So. Ja, genau, wir wollen nicht den Prellbock küssen. So. Ja. So. Wir halten an. Hervorragend. Und jetzt sollen wir abkoppeln. Und zwar... Hier. Ja. TSW, bitte erkennen. Dankeschön. So. Und jetzt sollen wir weiter geradeaus fahren. Abgelegt auf Signalwechsel warten. Ist das denn... Ne, das ist nicht unser Signal. Ganz kurz einmal geguckt. Ja, unser Signal zeigt Halt. Also hier das Zwerg-Signal. Das da. Weil jetzt vermutlich noch ein weiterer Zug vorbeikommt. Deshalb. So. Vorwärtsstellung ausgewählt. Und jetzt können wir die PZB anmachen. Und wir müssen jetzt aber bestimmt noch warten. Denn... Da. Der Güterzug kommt jetzt auch noch vorbei. Können wir uns mal angucken von diesem Sitz aus. Dann haben wir eine bessere Sicht. Hervorragend. Hervorragend. 185. So. So. Fenster zu. Und dann dürfen wir jetzt fahren. Ich frag nochmal zur Not nach. Aber das müsste dann jetzt soweit passen. Also einmal hier... Ne, nicht Zuglichter, sondern den Sandstreuer mit dazu aktiviert. Na? Ah doch. Wir fahren. So. Ich fahre erstmal mit 25 aus. Weil wir jetzt gerade glaube ich noch offiziell eine Rangierfahrt sind und keine Zugfahrt. Haben auch gerade mal nebenbei die neuen Anfahrsounds gehört. Das klingt ganz gut in den unteren Geschwindigkeitsbereichen. So. Lassen die Leistung unten. Wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal mit 25 aus. Wir können uns direkt hier die Fernlichter auch anschalten. Wir können ehrlicherweise mit der God Mode können wir mal den Wind rausnehmen. Dann haben wir nicht die ganze Zeit diese Schneeverwehrung hier vor uns und sehen nichts. Dann ist das ein bisschen angenehmer zum Gucken. So, befreien tue ich mich jetzt mal noch nicht, solange wir nicht das nächste Hauptsignal gesehen haben. So. 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 wir haben noch nicht. Wir haben aber die falsche Lichtkonfiguration, ne. das passt so jetzt blenden wir mal wieder ab damit wir hier keinen am bahnsteig blenden signal zeigt fahrt an und sobald wir das signal passiert haben werden wir auch beschleunigen wie viele leute die unterwegs sind vorbei am bü und ab jetzt sind wir offiziell eine zugfahrt wenn ich das richtig verstanden habe dementsprechend können wir jetzt auf 100 beschleunigen da ist noch nur 110 abgestellt mit n wagen so und wir fahren jetzt gut 31 kilometer zusammen genau wieder von 100 fahren dann machen wir uns noch die afb jetzt an stellen die afb auf 100 jahr der afb back dass wir nämlich ein bremsen aufzubremsen also ich finde gerade jetzt so zur kälteren jahreszeit ist es einfach irgendwie angenehmer wenn man im game wenn es dann auch irgendwie so schön kalt ist ne also wenn es 1000 herz beeinflussung habe ich zum glück nicht bekommen genau ne also wenn es halt im game dann auch irgendwie kalt ist das passt irgendwie ganz gut im sommer fahr ich dann irgendwie ungern im schnee also wenn in der realität sommer ist und jetzt im winter fahr ich tatsächlich sehr sehr gerne dann dafür im schnee und bei regen und so ja haben ein bisschen was an fahrt vor uns und die genießen jetzt zusammen ich halte mich mal heute eher zurück mit dem mit dem erzählen und stattdessen dass mir die bilder ersprechen ja eine sache die mich tendenziell immer noch ein bisschen stört hier am taurus ist dass man die instrumenten beleuchtung bei absoluter dunkelheit nicht so gut lesen kann ja klar können wir uns jetzt das führerstandslicht anmachen aber ja ihr seht es ja selbst ja 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 es ja 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 wir waren schon lange nicht mehr auf rosig nord zusammen unterwegs glaube ich so einmal auf die 70 runter können wir direkt mit der afb machen weil der e die afb uns unnötig runter bremst so 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 einmal rein in den tunnel wieder raus und da sehen wir schon das bügelfeuer ich hab's mal versucht im foto modus nur einzufangen so 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 herrlich so signale müssen wir natürlich auch im blick behalten hier einmal vorbei am haltepunkt in altina war das altina ich glaube schon da müsste ich jedoch genau da ist die burg altina ja ja die schneetexturen sehen ehrlicherweise ein bisschen komisch aus also gerade so bei den bäumen aber wir dürfen mittlerweile 80 fahren wir dürfen mittlerweile 80 fahren so 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 ja mal im TSV gibt es das und mal nicht das ist immer so ein bisschen eine Glückssache sonst können wir hier noch auf dieses Display hier wechseln dann können wir hier die Spannung und den Oberstrom sehen aber das können wir auch also hier können wir auf jeden Fall die Spannung sehen den Oberstrom können wir dann nur hier sehen ja sehr schön und ansonsten haben wir halt hier dieses Funktionsdisplay und können dann hier die E-Bremserhöhungen eben anschalten was mir fehlt ist sowas wie der Railjet Betrieb aber ich weiß noch nicht ob ehrlicherweise die DispoLock Varianten den Railjet überhaupt den Railjet Betrieb haben E-Bremserhöhungen... ach so ist noch gar nicht an... so jetzt haben wir sie angemacht jetzt haben wir die E-Bremse bei 240 Kilo Newton sehr gut ja ansonsten hier im Führerstand umgeguckt alt bekannt der Taurus einer der ältesten Locks die es im TSV gibt auch wenn diese Variante vergleichsweise neuer ist und geupdatet ist aber der Führerstand kommt uns ja schon sehr bekannt vor Führerbremsventil Leselicht haben wir hier können wir eigentlich auch ausschalten finde ich ein bisschen angenehmer Spitzensignal, Helligkeit können wir hier oben einstellen beziehungsweise das ist der Hautschalter und hier ist die Helligkeit Bremse lösen, Sander, Zuglichter, Türwallschalter fahrschalter AFB dann machen wir vielleicht doch mal das Leselicht an im Tunnel dann sehen wir auch was den Rest erkläre ich gleich wenn wir wieder draußen sind aus dem Tunnel so wir werden jetzt gleich den Roadrunner benutzen denn wir dürfen ab hier 90 fahren aber erst wenn der ganze Zug dran vorbeigefahren ist also zweimal hier drauf gedrückt und dann warten wir darauf bis das Miep Miep macht sehr gut und das heißt also unser ganzer Zug ist vorbei an dieser Stelle und wir dürfen beschleunigen genau hier haben wir die Bahnlinie Hauptschalter, Stromabnehmer, PZB Lüfter müsste auch schon an sein, haben wir jetzt auf automatisch und Luftkompressor Ebola Display dann können wir hier unten weitermachen Scheibenmischer können wir hier bedienen wir mussten irgendwas bestätigen das ist ein bisschen too much das ist ein bisschen too much und haben immer noch ungefähr 18 Kilometer vor uns und haben immer noch ungefähr 18 Kilometer vor uns also Vielen Dank. BZB hat sich mittlerweile auch wieder beruhigt. Okay, dann beschleunigen wir. Auf 110. Okay. 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 Signal ist grün. Okay. 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 Und entsprechend bin ich heute ein bisschen weniger am quatschen wie sonst. Okay. 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 und zwölf kilometer noch vor uns ach ja rosig nord eine wirklich wirklich wunderschöne strecke also wirklich die ganzen kurven von rechts nach links vergleichsweise niedrigere beschwindigkeiten die wir hier haben nicht ganz so viel los was so die züge angeht aber es liegt halt einfach daran dass in realität nicht ganz so viel los ist haben wir wirklich schön lange güterfahrten von ungefähr eine stunde die wir machen können regionale expressfahrten regional bahnen sehr viele möglichkeiten für szenarien viele gleisanschlüsse hiervon irgendwelchen von irgendwelchen firmen ja wissen was ich mir letztens sagte ich dachte mir es wird mal wieder zeit für rapid transit da sind wir wirklich ganz 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 selten insgesamt über die jahre hinweg unterwegs gewesen so jetzt müssen wir auf jeden fall schleudigst runter auf unter 70 jetzt müssten die bremsen nur noch auslösen hervorragend und hier fahren wir vorbei an plattenberg ja der zug hinter uns ist unseretwegen wohl verspätet und ab hier gelten die 80 wir können uns befreien und beschleunigen hier sind ein paar habins wagen abgestellt und noch acht kilometer so ja 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 Vielen Dank. Signal ist grün. So wollen wir das doch sehen. Und ab hier dürfen wir dann auch beschleunigen. Nehmen natürlich den Roadrunner wieder zur Hand. Tippen da zweimal drauf. Und warten. Sehr gut. Einmal beschleunigen auf 100. Damit wir den Zugverkehr hinter uns nicht noch weiter aufhalten. Okay, aber gleich müssen wir auch schon wieder runter auf 70. Jawohl. Also auf jeden Fall Signal jetzt hier im Blick behalten. Ja, Bremse bitte löst sich wieder aus, liebe AFB. Dankeschön. Okay, wir können uns befreien. Und ab hier gelten die 70. Ab hier 80. Und wir beschleunigen. Die letzten 5 Kilometer. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir halten dann in Findrop auf Gleis 14, das ist vermutlich einfach ein Gütergleis, ein Abstellgleis. Ja, entlang der Strecke immer wieder einige Holzproduzenten. Es brennt auch regelmäßig entlang der Strecke, in Realität. Sehr schön, 143 mit Güterzug. Und noch drei Kilometer. Ich glaube, das ist doch nochmal eines Fotos wert, oder? Ja, nochmal hier ganz kurz ein bisschen noch reingezoomt. Bisschen den Fokus nachgezogen. So, nochmal ein bisschen heller gemacht. Ja, einmal jedes Winter Wunderland, ne? Mit der Dispolog 182. Ja, von hier unten auch irgendwie schön. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja. 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 Dann können wir auf 50. so das müsste eigentlich reichen wenn wir bei 70 ungefähr die Bremse auslösen dann werden wir trotzdem runter bremsen genau bis die Bremse ausgelöst hat jawohl das passt perfekt ich kann mal den Sander dazu benutzen da haben wir ein bisschen mehr Traktion Vorsignal Wiederholer bestätigen wir können uns befreien so und hier gelten dann die 50 Ankündigung auf 80 bestätigen wir auch wenn jetzt nichts ah doch Tatsache wir haben doch eine Beeinflussung bekommen ich hatte jetzt nicht gedacht dass der 1000 Herzmagnet da scharf ist aber okay und dann halten wir an in einem Kilometer einmal das Gleis gewechselt und dann haben wir halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg noch rund 700 Meter noch müssen wir nicht bremsen das ist noch ein ganzes Stück das war jetzt nichts für uns okay und dann endet uns hier vorne unsere Fahrt schon mal die E-Bremse voll reingehaut oh ja 500 Hertz Magnet jawohl supi dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen ich hoffe ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei bis dahin wünsche ich euch alles Gute alles Liebe und oben links übrigens das Stellenwerk da von Frittentrop das kann man auch begehen nur so als kleiner Hinweis ciao ciao